Am 20. November wurde der neue Waldbauernkalender 2011 in Kriegach präsentiert. Der neue Kalender des Mürztales ist wieder da und zeichnet sich einmal mehr durch vorsichtige Erotik aus. Der Bauernbund Bezirksgruppe Mürzzuschlag präsentiert heute zum vierten Mal den Waldbauernkalender und er freut sich nach wie vor größter Beliebtheit. Es sind auch in diesem Jahr wieder zwölf Mädchen und sieben Herren am Kalender. Es ist auch ein Jahr ein bisschen älteren Semesters mit dabei. Der Martin Gesslbauer und seine Frau, die Begit, haben die guten Fotos gemacht. Es ist also heute auch die Möglichkeit, sich wieder zu bewerben für den neuen Waldbauernkalender. Wer heute zu spät kommt, der kann also die Bewerbung auch nachreichen. Der Waldbauernkalender ist sehr gefragt. Jeder, der einen haben will, muss sich aber tummeln.